So, ach, ich hätte lieber fliegen sollen, das wäre schneller gegangen. Heiland deine Sterne, aber ich bin schon mal froh, dass ich vorhin so weit gekommen bin. Jetzt mal ich immer noch nicht so ganz mit der Steuerung von dem Controller hier zufrieden bin. So, aber jetzt nehmen wir erst mal uns die Eishöhle vor. Nein. So, jetzt waren da oben die ja die komischen, die da, ja. Ah, zweimal treffen. So, weg mit euch. Hey. Hey. So, jetzt habe ich dich auch. Vielleicht finden wir ja auch noch ein bisschen Mana oder irgend sowas in der Richtung. So. Na. Wo waren denn eigentlich die komischen Viecher, die so elends viel Erfahrung gegeben haben? Oh, komm. Ja, laufen wir jetzt einfach durch. Ich habe jetzt keinen Bock auf den Käse. So, und jetzt kriegen wir hier von denen auch deutlich weniger auf die Mütze als vorher. Ich weiß noch, dass wir vorhin da waren, also als wir das letzte Mal da waren, war das ja ordentlich, haben wir ja ordentlich Bösein. Ähm. Ah, hier, die Noria-Höhlen. Hm. Ähm, irgendwie. So, probieren wir es nochmal. Irgendwie hat er gerade ganz komische Sachen gemacht, die er eigentlich nicht machen sollte. Aber jetzt geht es egal. So, jetzt gucken wir mal, wie wir hier denn jetzt... So, jedes... Alles, was wir in Erfahrung kriegen, ist mir jetzt gerade sehr, sehr, sehr recht. Au. Drecksvieh. Ich trau dem nicht, ich trau dem nicht. Hau mal ab, du. Mistvieh. So. Na, komm her, du Mistvieh. So, was finden wir hier? Mana. Sehr gut. Die wird uns zwar hier nichts mehr helfen, zumindest nicht beim Endboss-Kampf, aber... Zwischen haben und nicht haben ist halt immer nochmal ein Unterschied. So. Na, komm runter. So. Okay, hier geht es nicht hoch. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wo und wie, ob und wo und wie wir hier... Na, das ist so dämlich. So. So. So, und lassen wir den mal. So, du haust ab und kriegst es... Hey! Boah, hat der uns hier gerade... Wieso hat... Und wieso fällt der hier runter? Ich will ja nicht runterfallen. Ich hab dem doch gar nicht gesagt, dass er hier runterfallen soll. So. Ah, wenn man runter drückt, springt er da durch, aber... So, und wo geht es jetzt hier lang? So, aber wir kriegen langsam, aber sicher kommen wir an unsere Erfahrungspunkte, die wir haben, und wie kommt man da hinten dran? Gar nicht mehr! Zoll! Das sind mir die allerliebsten! Okay, da hinten ist noch ein... Boah, ist schon wieder runtergefallen! Dann muss man nur einmal kurz... So, boah! Ah, Moment, wenn ich jetzt hier lang und... Hopp! Nein! Mist, Vieh! Wo landen wir jetzt? Oh, nicht schon wieder hier! So, und jetzt wird es Zeit, dass wir hier mal nochmal das ein oder andere Level abkriegen. Jo! Stufe 28, nochmal zwei... Nur zwei Leben dazu, das ist aber wenig! So! Komm her, komm her! So, also das erklärte Ziel von mir muss in dem Fall tatsächlich sein, ähm... So, ein Orikon-Nerds! Oh! Danke! Zumindest mal ein bisschen Leben haben wir jetzt noch zurückgekriegt. So, hoffen wir mal, dass wir damit bis zum nächsten Checkpoint kommen. Und das sind ja alles die Kisten, die wir nicht kriegen konnten, weil wir dann den Stellen, die an der Stelle hier ja den Menos nicht hatten. Der war ja das Liebchen von, ähm, unserem lieben, lieben Trollkumpel hier, dem Großen. Oh, ha! So, und wie kommen wir jetzt hier weiter? Oh, so kommen wir hier weiter. Alles klar, gut, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Kommst du auch wieder runter? Bitte? So. Alter, das ist ja nicht ganz lieber. So, und wie soll das jetzt funktionieren? Ne, gehen wir mal wieder runter. So, das sieht doch gut aus. Na komm, hauen weg! So. So. So weit, so einfach. Huh! Ganz knappe Kiste. Ah, können wir eigentlich mit der, ähm... Prägt nichts, schade. Ah, jetzt da kommen wir gar nicht hin. So, und hier kommen wir auch nicht hin. Tja, ähm... Und wie soll das hier jetzt funktionieren? Und wie soll das hier jetzt funktionieren? Puh! So, hier kommen wir auch nicht hin. So, hier kommen wir gar nicht hoch. Toll! Und warum funktioniert das alles so überhaupt... Überhaupt nicht. So, jetzt gehen wir erst mal hier, äh, speichern. So, erst mal hier aufräumen gehen. So, und hopp! Jawoll! Schöner Sprung. So, und... Du jetzt, ähm... So, ja... Nein, 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 nein! Schade! Der Sprung war einfach zu, ähm... So, aber hier wollte ich ja sowieso noch ein bisschen, ähm... Experimentieren gehen und gucken gehen, was es hier noch so gibt. Deshalb bin ich jetzt gar nicht so, äh, unglücklich da drüber. So, die laufen, glaube ich, alle einfach ein bisschen asynchron. Deshalb darf man hier nicht, ähm... So... So, jetzt kommt der hier, jetzt kommt der andere hier und dann langt das nämlich auch. Oh, die zwei waren das... So, da kommen wir jetzt gar nicht mehr hoch. Und dann müssen wir hier unten lang. Drecksviecher! Oh je, jetzt kommt die Nummer hier wieder. Mom! Das ist hier irgendwie alles so ein bisschen schwieriger. So, und jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir hier gesprungen kriegen. gescheit. Und hüpp. Und hüpp. Und hüpp. Sauberst. So. Nein! Mist! Da wollte ich hin. Drecksvieh. Hm. So, dann müssen wir da wohl später wohl noch mal durch. Ey, sag mal. Die Viecher hier sind ja wohl die allerschärfsten der Welt. So. So, dann müssen wir es andersrum machen. Kommst du? Kommst du? So, jetzt sind wir hier unten. Und wie? So, okay. Das hätten wir jetzt auch geschafft. So, und wo landen wir jetzt hier? Ich hoffe, wir müssen den ollen Troll da nicht noch mal irgendwie machen. Ansonsten wird es nämlich hier echt uncool. Oh, ich habe es geahnt. So. Toll. So, nochmal, nochmal. Nochmal. Toll. So, wo bist du hin? Oh. 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 Kom. Nochmal. So, wo bist du hin? Na, also. Bumm. So. Juhu. Frage ist jetzt erstmal nur, hat uns das jetzt was gebracht? Außer, dass wir dann nochmal hier rein müssen. Oh, und ich hab... Wir haben bösartigst überzogen. Ich werde die Folge in zwei Teile splitten. Macht aber soweit nichts. Dann werden wir in der nächsten Folge den ganzen Spaß hier nochmal machen müssen, weil ich auch die eine Schatztruhe da haben will und die dürfen wir nicht vergessen. Ich haus, hat euch gefallen? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! 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 Untertitelung des ZDF, 2020